Hier stehe ich nun und weiß nicht weiter. Nein, du willst mich doch jetzt verarschen. Habe ich das nicht schon... Habe ich das echt noch nicht ausprobiert? Das ist ja jetzt ein Witz. Habe ich das echt noch nicht ausprobiert? Ich hätte schwören können. Aber okay. Ah, die Tasse ist jetzt natürlich auch überhaupt nicht heiß. Nein, nein. Ja, okay, so, dann können wir jetzt... Okay, oh Gott. Vielleicht habe ich es einfach nicht mal probiert, weil ich vorher die Tasse grundsätzlich nicht mit dem Fass und mit nichts und... Keine Ahnung. Egal, egal. Wenn ich das Harz ganz vorsichtig über die Pergament-Schnitzel streife... Ja, aber aufzuquatschen, mach endlich. Das ist überhaupt die dümmste Aktion. Klar. Es hat geklappt. Fünf Teile Quell des Lebens. Zwei Teile Wurz der Tränen. Ein Teil Blut der Nacht. Drei Teile Tropfen des Rausches. Einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Was das Ganze bewirken soll, steht leider nicht dabei. Genauso wenig wie die einzelnen Bestandteile zu bekommen sind. Natürlich, wenn sie das an den Rissen zusammenklebt, wird das Pergament damit aber auch ganz stabil. Sodass wir es dann lesen können. Das macht absolut Sinn. Okay, wir haben Feuer. Das ist fantastisch. Fünf Teile Quell des Lebens. Zwei Teile Wurz der Tränen. Ein Teil Blut der... Was das... Fünf... Was das... Die ist noch halbwegs frisch. Fünf Teile Quell des Lebens. Zwei Teile Wurz der Tränen. Ein Teil Blut der Nacht. Drei Teile Tropfen des Rausches. Einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Was das Ganze bewirken soll, steht leider nicht dabei. Genauso wenig wie die einzelnen Bestandteile zu bekommen sind. Okay, Quell des Lebens ist wahrscheinlich Wodka. Irgendwas, Wurz oder so, wird der Enzian sein. Fünf Teile Quell des Lebens. Wodka. Zwei Teile Wurz der Tränen. Ein Teil Blut der Nacht. Drei Teile Tropfen des Rausches. Einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Äh, Tropfen des Rausches wird vielleicht auch einfach der Wodka sein. Tropfen des Rausches wird vermutlich der Wodka sein. Wurz... Wurz der Nacht, Wurz der Tränen. Entschuldigung, ich glaube, das ist ein Wurz der Tränen, Blut der Nacht. Ähm... Eins davon wird der Enzian sein. Irgendwas davon ist wahrscheinlich der Ketchup. Ich hab keine Ahnung. Feuermachen gehört mittlerweile zu meinen Spezialitäten. Toll, du kannst ein Brett mit dem Streichholz anzünden. Kauf dir einen Keks, ganz ehrlich, ey. Also ich hab ja vor allem auch nichts, wo ich drin nicht den ganzen Scheiß jetzt mischen könnte. Ich könnte damit die Zwiebel auspressen, aber da läuft mir dann der ganze Saft daneben. Was für eine Zwiebel? Ist die Frau verwirrt? Wo ist eigentlich meine Tasse hin? Also mal ganz ehrlich, äh, nur weil... Ach, guck mal, der Rauch hat aufgehört. Die Schwefelschwaden sind verschwunden, nur der Gestank ist geblieben. Und wir können den Rost wieder einpacken, da verrückt. Ähm... Können wir jetzt irgendwas... Hier mit... Nein. Ich bin mir nicht sicher, ob mit dem Loch noch irgendwas geht. Wortwahl. Alter. Ah. Okay. Ich probier jetzt aus Prinzip alles mit... Okay, können wir... Würdest du bitte reingehen? Meine Güte. Okay, fantastisch. Der Rost ist wieder da, wir können ihn aber auch wieder mitnehmen, offenbar. Schön. Ist jetzt auch gar nicht heiß geworden. Nein, nein. Alles super. So, irgendwie müssen wir... Also wir können offenbar den Enzian ausquetschen. Oder die Blumenzwiebel. Dann macht es sogar Sinn, dass wir sie nicht gepflückt, sondern ausgegraben haben. Nicht, dass wir, wenn wir die Wurzel der Pflanze abtöten, aber... Naja. Ähm... Kann ich... Ich kann die Borka auch nicht wieder mitnehmen, ne? Wenn ich weiterhin so liebevoll für die Tiere sorge, werde ich mich vor Beitrittsangeboten von Naturschutzorganisationen bald kaum retten können. Natürlich, natürlich. Hau doch zur Sicherheit einfach dem Rentier mal mit dem Spaten auf den Arsch, dann hast du das Problem nicht mehr. So, aber... Meh. Meh, 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 meh. Was meinen jetzt? Jetzt bin ich irgendwie drei Schritte weiter, hab aber immer noch keine Ahnung. Warum hat die die verkackte Tasse nicht aufgehoben? Ähm... Die hätten wir super in der Tränke ausspülen können. Das hätte alles so viel einfacher gemacht. Wir brauchen offenbar irgendwas, womit wir... Ja, den Siff von der Blumenzwiebel auffangen können. Und irgendwas brauchen wir auch, wo wir den ganzen Spaß drin mischen können erst mal. Aber es gibt hier ja nichts mehr. Das ist ja so das Problem. Wegfahren will sie auch nicht. Hier ist halt auch exakt nichts. Es macht halt alles gar keinen Sinn. Ich stelle das Ding jetzt mal wieder hier hin, weil das werden wir da wahrscheinlich schon brauchen müssen. Brauchen müssen? Da war mindestens ein Müssen zu viel drin, aber... Ja, ist... Pfff... Fantastisch. Das geht immer noch nicht. Das geht immer noch nicht. Können wir das Ding hier aufhängen? Wir müssen auch noch irgendwas mit dem verkackten Tomatenstrauch machen, aber ich weiß nicht was. Wir können ihn nicht pflücken, wir können ihn nicht ausgraben, wir können ihn... Können wir ihn anzünden? Nein. 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 Ausgraben ging nicht, ne? Nein. Okay, wir können... Soll ich mit verdorrtem Kraut? Der gescheiterte Versuch, einen Tomatenstrauch anzupflanzen. Für die Biologen, lateine... Nachtschattengewächs. Fünf Teile Quell des Lebens. Zwei Teile Wurz der Tränen. Ein Teil Blut der Nacht. Was das Ganze... Blut der Nacht und so, ne? Ich habe hier keinen... Natürlich nicht. Das hatten wir ja schon. Ähm... Ja, und jetzt? Die Schwefelschwaden sind... Hier hat sich aber auch nichts Neues aufgetan. Ich übersehe garantiert schon wieder irgendwo irgendeinen Scheiß, wo ich denke, ich habe das kombiniert. Habe ich dann aber doch nicht. Irgendwie sowas wird das sein. Irgendwie... Irgendwie... Können wir... Können wir... Jetzt geht er rein. Nein. Gut, wir können den jetzt auch nicht mitnehmen. Das ist sehr bedauerlich. Ich habe, glaube ich, alles mit dem Nussknacker kombiniert. Ziemlich sicher. Das geht nicht. Väterchen, wach auf. Ist das hier das Rezept für deine Medizin? Scheint tatsächlich das Rezept zu sein. Der Alte will wohl, dass ich es in der Fiole zubereite. Ich sollte mich mit der Herstellung der Medizin beeilen. Lange hält er nicht mehr durch. Der zieht sich jetzt die Flasche aus dem Arsch. Das macht vollkommen Sinn. So, das müsste die richtige Dosis sein. Gesetzt den Fall, dass mit dem Wurz der Tränen diese Zwiebel gemeint war. Natürlich. Ein paar Tropfen des Rausches. Klingt sinnvoll. So, was ist ja so? Quell des Lebens? Wasser. Natürlich. Aber ohne Witz. Da kommt einer drauf, dass... Fünf Teile vom Quell des Lebens. Hab ich. Dass der Typ irgendwie die Fiole in seiner Jackentasche stecken hat. Aber nun ja. Hoffentlich fliegt mir das Gebräu nicht um die Ohren. Ich hab zwar keine Ahnung, wann das Zeug wirklich fertig ist, aber bevor es mir verdunstet... Verdunsten? Das ist es. Einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Dann müsste die Medizin ja jetzt fertig sein. Natürlich. Und aus Wodka, Wasser, Ketchup und Enzian machen wir jetzt einen Schwuppdiwupp wertgesund, alter Mann. Trinkväterchen. Was wird dir hoffentlich helfen? Oder dich umbringen. Oder beides. Gern geschehen. Was ist passiert? Eine kleine Meinungsverschiedenheit mit den Wachen. Wachen? Von der Forschungsstation? Ja. Ich habe... Nicht so wichtig. Nicht so wichtig? Du wärst fast gestorben. Aber ich lebe. Und du bist nicht nur hier, um mir zu helfen, oder? Du hast Fragen. Ja. Woher weißt du? Deine Augen verraten dich. Die Augen verraten jeden. Und deine Augen... Ich kenne deine Augen. Vor langer Zeit waren sie schon einmal hier. Ich? Nein, mit Sicherheit nicht. Doch. Aber sie hatten nicht den Körper einer jungen Frau. Du bist die Tochter von... Wie hieß er doch gleich? Wladimir Kalenko? Du kennst meinen Vater? Ja. Wladimir war sein Name. Er kam damals zu mir, so wie du heute. Mit den gleichen Augen. Ich brauche deine Hilfe. Wenn du meinen Vater kanntest, dann kannst du mir auch sagen, was damals hier passiert ist. Ich bin nur ein Hirte. Ich war immer Hirte. Und ich werde es bis zu meinem Ende bleiben. Aber... Ich weiß, wo mein Platz im Leben ist. Und du solltest es auch wissen. Höre auf die Worte eines einfachen Mannes. Mein Sohn hat nicht auf mich gehört. Was meinst du? Du willst wissen, was hier vor fast 50 Jahren passiert ist. Und was heute hier passiert. Mein Sohn war auch neugierig. Er wollte nicht auf mich hören. Er fand ein seltsames Metallstück im Wald. Und er stellte Fragen. Die falschen Fragen an die falschen Leute. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Es gibt Dinge, für die sind wir nicht bestimmt. Wenn wir das nicht verstehen... Väterchen, deine Worte mögen weise sein. Aber mein Vater ist in Gefahr. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich brauche deine Hilfe. Ich weiß, deine Augen verraten es. Du bist wirklich genau wie dein Vater. Auch ihn hatte ich gewarnt. Auch er wollte nicht auf mich hören. Er hat das verfluchte Reich der Acti betreten. Jener Donnervögel, die seit dem Jahr der großen Katastrophe jedes Wesen mit endlosem Sichtum strafen. Dein Vater hat meiner Warnung keine Beachtung geschenkt. Und sein Begleiter musste teuer dafür bezahlen. Ich weiß, dass ich dich nicht aufhalten kann. Und du sollst erfahren, wo dein Vater damals sein Lager aufgeschlagen hat. Folge dem nördlichen Pfad bis in die Sümpfe. Dann wirst du finden, wonach du suchst. Aber denk immer an meine Worte. Sei vorsichtig bei allem, was du tust. Hier passieren Dinge, die sich keiner vorzustellen vermag. Der Evenker hatte recht. Die Stimmung hier ist wirklich seltsam. So unwirklich. Auch wenn vielleicht eine gute Portion Aberglaube mit im Spiel sein mag. Ich fühle mich hier nicht wohl. Und dann diese Geschichte mit den Donnervögeln und dem endlosen Siegtum. Reiß dich zusammen, Nina. Du bist einfach nur übermüdet. Es gibt keine Donnervögel. Und jedes noch so mysteriöse Phänomen lässt sich ganz rational erklären. Hoffentlich. Bla bla bla, Miss Kalenko. Bla bla bla. Alter, der Typ hat sich auch ein bisschen... Das müsste der Ort sein, von dem der Alte gesprochen hat. Von hier aus hat mein Vater also seine Expeditionen gestartet. Vielleicht finde ich hier ja eine Erklärung, wie die Ereignisse der Vergangenheit mit der Entführung meines Vaters zusammenhängen. Der Typ hätte sich auch ein bisschen kürzer fassen können, oder? Ich meine, er hätte sich die Hälfte seines Monologes sparen können. Einfach sagen können, ey, fahr mal in den Sumpf. Ist Knorke. Ich weiß eh, dass ich dich nicht aufhalten kann. Also, viel Spaß bei der Cabin in the Woods. Alter. Aber okay. Meinetwegen. Jetzt stehen wir also hier. Ja, das hätte ich dir auch von hier sagen können. Okay, wir können offenbar reingehen. Und es gibt hier einen Weg. Ich sollte besser aufpassen, wo ich hintrete. Ein falscher Schritt könnte mein letzter sein. Naja. Jetzt gerade weiß ich nicht, ob ich den Verlust bedauern würde. Aber okay. Wir gehen erstmal nicht rein. Man geht einfach nicht direkt in die erstbeste Scheißhütte. Im Wald. Im Sumpf. Im Irgendwo. Ein alter Trinkwassertank. Verrückt. Ein Generator für die Stromversorgung der Hütte. Offensichtlich ist kein Treibstoff mehr drin. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ach, mit Wodka geht das. Geh mal weg dann. Nicht. Ich bin enttäuscht. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat das Teil was mit Magnetismus und Stromerzeugung zu tun. Vielen Dank für diesen super nützlichen Kommentar. Ein Generator. Offensichtlich ist kein Treibstoff. Okay. Habe ich verstanden. Wir brauchen Treibstoff. Hier geht noch ein Weg weiter. Oh, was ist denn hier passiert? Das muss ein Nebenarm der steinigen Tunguska sein. Der Fluss kann ja eigentlich nichts dafür, aber ich fange an den Namen Tunguska zu hassen. Ja, ich auch. Gott, wo geht es denn hier überall hin? Wow, was für ein Monstrum. Ich frage mich nur, wie der hierher gekommen ist. Mit dem Bollerwagen. Okay, und hier ist sonst nichts. Du kannst mir nicht erzählen, dass hier sonst nichts ist. Dieses Bild, dieser Hintergrund, diese Szene muss irgendeine Bewandtnis haben. Irgendeine. Ich will aber noch nicht auf die Lupe klicken. Das muss die Forschungsstation sein, zu der die Transzip eigentlich fahren sollte. Ob sie jemals dort angekommen ist? Bestimmt. Die Anlage ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Sogar mit eigenem Rollfeld. Bestimmt ist sie auch ähnlich eindrucksvoll gesichert. Da reinzukommen kann ich wohl vergessen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da überhaupt rein will. Nach all dem, was ich über die Anlage und den Ort, auf dem sie errichtet wurde, gehört und gelesen habe. Trotzdem, die Station strahlt eine gewisse Faszination aus. Keine positive Faszination. Aber je länger ich mir die Anlage ansehe, desto mehr bekomme ich eine Gänsehaut. Ich sollte mich wieder auf den Weg zurück machen. Es bleibt noch eine Menge zu tun und ich weiß immer noch nicht, welches Geheimnis aus der Vergangenheit meines Vaters sich hier verbirgt. Okay, das war ja jetzt richtig informativ und sinnvoll. Der Fluss stürzt hier bestimmt 30 Meter in die Tiefe. Ein beeindruckendes Schauspiel. Auch du könntest 30 Meter in die Tiefe stürzen, liebe Nina. Du wolltest dich doch eh auf den Weg zurück machen. Okay, im Fluss können wir im Zweifelsfall garantiert Wasser holen und ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass wir aus dem LKW-Wrack... Oh, eine Felge. Die haben wirklich alles mitgenommen, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Nur zwei kleine Muttern sind noch übrig. Und die werden jetzt von mir geklaut. Okay. Ich dachte, wir kriegen hier vielleicht noch ein bisschen Benzin raus, aber das ist offenbar nicht der Fall. Tank, natürlich. Es scheint noch ein bisschen Diesel drin zu sein. Okay, das heißt, den müssen wir irgendwie abzapfen. Dafür brauchen wir aber erstmal einen Behälter. Das kriegen wir aber vielleicht in der Hütte. Ich hoffe nur, dass wir da ohne Strom was drin sehen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Vielen Dank.